Schmelzsicherungen oder Sicherungsautomaten sind zu träge, um elektronische Schaltungen zu schützen. Ich will heute eine schnelle, universell einsetzbare elektronische Sicherung vorstellen. Ein Leistungstransistor dient als Schalter. Er bestimmt den maximal möglichen Strom. Weil die Stromverstärkung von Leistungstransistoren sehr gering ist, bildet er mit T2 eine Darlenkenschaltung, um die Gesamtstromverstärkung zu erhöhen. Auch die Maximalspannung der Quelle hängt von den verwendeten Bauelementen ab, denn im ausgeschalteten Zustand liegt über der Sicherung die volle Spannung. Bei dem von mir gewährten Transistor sind Ströme bis 10 Ampere möglich, bei ausreichender Kühlung natürlich. Über den Widerstand R2 bekommen die Transistoren ihren Basisstrom und steuern durch. Mit der Stromstärke durch den Transistor erhöht sich auch die Spannung über ihm. Wenn die Zündspannung am Gate des Thyristors erreicht ist, schaltet der durch und überbrückt die Basis-Emitterstrecken der Transistoren. T1 schaltet ab. Durch eine kurze Unterbrechung des Stromkreises wird die Sicherung in den Ausgangszustand zurückgesetzt. R3 soll den Gate-Strom des Thyristors nach dem Auslösen der Sicherung begrenzen. Er muss aber so gewählt werden, dass beim verwendeten Thyristor ein sicheres Durchschalten möglich ist. Mit R2 wird der Auslösestrom der Sicherung eingestellt. R1 und die LED sind für die Funktion nicht wichtig. Die Leuchtdiode soll nur anzeigen, ob die Sicherung ausgelöst hat. Die Größe des Vorwiderstandes hängt von der Spannung ab. Besonders bei größeren Spannungen entstehen höhere Verlustleistungen über den Widerständen. Das muss bei der Dimensionierung berücksichtigt werden. Meine Versuchsscheidung ist so dimensioniert, dass sie bei etwas über 400 mA abschaltet. Ich erhöhe den Strom jetzt mal langsam und die LED zeigt an, dass die Sicherung ausgelöst hat. Eine kurze Unterbrechung des Stromkreises setzt die Sicherung wieder zurück und sie ist bereit für den nächsten Einsatz. Erweitert man die Schaltung mit einem Brückengleichrichter aus vier Dioden, ist die Sicherung auch für Wechselströme einsetzbar. Ich hoffe, dass Euch der kleine Tipp gefallen hat und Ihr damit vielleicht selbst etwas experimentieren wollt. Wie immer freue ich mich über positives Feedback von Euch.